Leute, willkommen zurück! Holger als Schuljungen ruft an, direkt. Howdy! Ich bin's, Holger. Ist heute nicht schön, denn mein Tangela sieht toll aus. Ich wünsche, ich könnte es dir zeigen. Oh yeah, ich habe es geschafft, ein starkes Wulpix zu besiegen. Ich muss mit meinem Team verstecken bis später. Ja, Glückwunsch. Er hat mit einem Tangela Wulpix besiegt. Das schafft auch nicht jeder. Ja, wir haben ja im letzten Part so einiges gemacht. Aber wo wir gerade hier sind, können wir ja ein bisschen zerschneiden, oder? Wir benutzen unseren VL-Sklaven noch, um ein verstecktes Item zu finden, und zwar ein Hyper-Trank. Was natürlich richtig Sahne ist, ne? Kann man nichts anderes sagen, außer Sahne-Schokolade. Und, ja. Irgendwas ist mir noch gerade eingefallen. Irgendwas ist mir bei der Anmod... Bevor ich die Anmoderät habe, noch eingefallen, was bezüglich Schokolade. Deswegen halte ich noch Schokolade im Kopf. Ja, aber ja, umsonsten haben wir ja auch nichts mehr verloren. Wir haben eigentlich alles erreicht. Ähm, ich habe schon letztes Mal gesagt, ich will, wenn wir alle VL-Sklaven haben, können wir nochmal zurück. Ansonsten darf das ja aktuell null Sinn. Äh, im Beutel. Ja, Nachtmahl. Zornklingel. Wir haben... ...einen Modebaum gekriegt. Ich habe mal gar geguckt vom Statuswert und so weit, was er hat. Guten Tag. Ähm, Angriff und Verteidigung ist halt mega hoch. Und ich denke mal, das macht halt Sinn, ne? Spezialverteidigung ist auch in Ordnung. Lässt sich so sehen. Ich schwimme mich mal auf meinem Bike. Und dann reden wir mit Leuten. Hast du dich selbst am Baumbeck geschafft? Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. TM 08. Was ist das? Oh, damit kannst du Fels mit einem einzigen guten Ziel ziehen, einen Schlag zu Trümmern. Sind dir irgendwelche Steine im Weg? Dann zertrümmere sie einfach. Stimmt, und Wanderer Tom hat mir am Anfang vom vorletzten Part ja gesagt, dass du im Dunkel-Tunnel jetzt Dummiese sind. Wayne. Einfach du Wayne. Brauchen wir aktuell nicht. Tipps zu drehen, das letzte Ding, Schauflein, um aus dem Eingang eines Ortes zurückzulangen. Das ist sehr nützlich beim Erkunden von Höhlen und anderen Umgebungen. Ja, wir können jetzt nicht nach rechts, aber wir können auch nach links. Fangen wir mal hier. Jo, und ich arbeite immer zusammen. Zwillingspaar Nura und Joe sind immer wieder in jedem Teil vorhanden. Also Zwillinge Nura und Joe sind nicht Zwillingspaar, weil es ist quasi, ja, es sind ja zwei Leute, ne? Nura und Joe. Und sie setzen Pipi ein. Ja, damals gab es noch kein Doppelkämpfer. Tyrak Rock. Weißes Tod, bitte. Nicht? Zugabe. Ja, kein Ding. Kein Problem mit. Und Pummelow. Ja, ist halt von Typ normal, ne? Ja, ich lass mal drin. Lass mal so. Ich hab ein bisschen Angst vor der nächsten Arena. Da bin ich ehrlich zu euch. Ich hab vor der nächsten Arena ein bisschen Angst. Du bist gemein. Wir fühlen dasselbe wie unsere Pokémon. Okay. Danke. Hallo. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Lohrent. Lohrent. Ein Traumato. Ja gut, ne? Ja gut. Biss. Ja, Mann. So ein Volltreffer. Richtig gut. Ja, Lohrent. Was hast du dazu zu sagen? Nichts, ne? Ich hab verloren. Wie betrüblich. Und das ist ein Teil nach Hause. Der Kampf stellt ist eine gute Taktik. Ja, die gegnerischen Pokémon im Schlaf zu versetzen oder sie zu paralysieren. Weiß ich, was steht da auf dem Schild? Gute 37, ja, Mann. Geil. Gute 37. Drei Bäume. Aprikoko Rot. Und hier. Meine Güte, das Fahrrad, ne? Aprikoko Blue. Und? Aprikoko SWZ. Ja, nice. Ich glaub, hier gibt's Dampierplex, ne? Nee, das ist kein Dampierplex, das ist ein Taubsi. Einfach ein Taubsi. Komm, bei ich mach. Ah, Rucksofie. Äh, hab ich in der Einpart gesagt, dass Rucksofie immer Fels die Schaden macht? Stimmt gar nicht, ne? Ja, hier irgendwas gesponnen. Aber irgendwas hab ich so in Erinnerung. Leider. Teak City. Oh, die Musik ist so wunderschön einfach. Hallöchen. Ich will im Tanztheater üben. Kommst du mit? Klar doch. Willst du kurz absteigen? So, ich bin bereit. Ich will im Tanztheater üben. Kommst du mit? Äh, okay, das ist eine Fangfrage. Ich verstehe schon. Ich weiß schon. Komm, bin ich so der... Der Dude, ne? Hallo. Ich würde jetzt ins Pokémon Center gehen. Nein, ich bin Bill. Und denkst du dir jetzt, wo ich weiß, wie du heißt, darfst du alles? Und wer bist du? Hm? Nico, du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt angekommen. Ja, ich bin so eben in der Arbeit an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel mit der Vergangenheit. Aber stell dir mal vor, es kommt jetzt wieder das Remake, zum Beispiel von Jotua so raus. Nur wieder ein Remake. Und stell dir mal vor, die bauen da die Zeitkapsel ein, das vertauschen kann mit der alten Editionen. Und plötzlich sind die ganzen alten Editionen im Switch Online verfügbar. Oh, das wäre halt ein Traum bei der Puken und Direkt am 27. Aber wahrscheinlich wird es so nicht passiert sein. Hundertprozentig. Aber du kannst nichts in der Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen erleiden, der erlernte der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden Zeitkapseln in allen Pokémon-Sendern zur Verfügung stehen. Ich muss zurück, dachte, du hast du Katze City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss. Heute muss man überlegen, Alter. Der Typ hat einfach eine Zeitmaschine erfunden. Jens, der Arienl, der ist so cool. Auch seine Pokémon sind sehr stark. See des Zorks. Das Erscheinen eines Garados-Schwarms. Das riecht nach Verschwörung. So ein Dude, Alter. Hallo. Sowohl der Tanz der Kimono Girls als auch die Art, wie sie ihre Pokémon einsetzen, ist wunderbar. Wunderbar. Ich wollte eigentlich so ein Pokémon sein, ich wollte eigentlich mehr heilen. Damit ich, falls ich hier sterbe oder so, dass ich immer hier bin. Okay, wir benötigen deinen Pokémon. Dumm, 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 dumm. Danke, der Pokémon ist in mir topfit. Komm, jetzt hat er mir vorbei. Gehen doch. Guck mal die Stadt an. Ich sollte mal wieder einkaufen gehen, ne? Weil so alles auffrischend, was ich habe. Setzt du den Bier lieber ein? Wacht ein, sieg das Pokémon wieder auf. Aber nur zur Hälfte. Was? Mein Ebolier entwickelt sich zu einem Psychaner. Aber das Ebolier meines Freundes wurde zu einem Nachthaarer. Ich frage mich, wieso? Wir haben uns doch immer los gleich aufgezogen. Willkommen, okay, ich dien. Ja. Ein paar Supertränke. Ja. Gegengefährung, ob wir jetzt gerne wieder 5. Ja, 6. 6. Para Heiler. Kostet ein bisschen mehr mehr, ne? Ja, und der Rest geht jetzt in Superwelle, weil... 3, 7, ne? Ja, 6. Weil wir haben sehr viel über Mogelbomben verschwendet. Kannst du noch was für mich tun? Nein, eigentlich nicht. Hi. Na ja, wie lange hast du gelernt zu tanzen wie die Pokémono Girls? Ich habe gehört, dass es dir ein eigenartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihren Tanzteater gehst. Tanzteater von Teak City. Oha. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sind auch gute Pokémon Trainer. Ich bin vor der Sieg ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Dieser Mann hatte immer jetzt ein Rätselhaus dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa, ein Monosynchron-Schwimmen-Pokémon zu besitzen? Ja gut. Die Kimono Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge werden, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Ja, wollen wir, ne? Ja, wir sind bereit, hoffentlich. Testen wir mal unser Team aus. Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie ich sehe, kämpfen? Ja, jetzt zeigt mir, was du hast. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die Kimono Girls. Edit. Ein Flamara. Ja, grüner Sprite, aber holt einen Flamaren raus. Hab ja nicht gedacht, es kommt irgendwie, keine Ahnung, was da hervor. Aber Flamara ist wohl die schwächste Ebony-Form, die es gibt, leider. Ja, ja. Ne, auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall ein gutes Pokémon. Blablabla. Oh, du bist sehr stark. Das war ein toller Kampf. Ich würde dich so gerne mal wiedersehen. Ich tanze immer in meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Warum sollte man mit seinem Pokémon tanzen? Warum tut ihr dies? Du hast blauen Sprite. Holst du Aquana? Aquana? Ich ne, es ist hier eine. Also komplett random hier alles. Die Spritefarbe hat nichts zu tun. Wenn du ein ganz guter Macher bist. Beiß dieses Vieh tot. Das tut weh. Nicht so doll. Gut. Normaler tut Konfusion immer so richtig megadol. Jetzt bin ich mir in der ersten Gen, ne? Das ist ne gute Attacke. Bis am Psychokinesat. Oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Na, gar. Na, auch nicht fast. Auch nicht. Nicht mal fast. Nicht mal fast. Rhythmus ist nicht nur zum Tanzen, sondern auch Pokémon wichtig. Ist mein Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémonkampf? Ja, du hast ne super schöne Haarspanne. Kann ich nichts zu sagen. Linda. Oh, Nachthara. Ein sehr bösartiges Digimon. Typus Virus. Ja, vielleicht in irgendeinem, nee, nächstes Mal, wenn ich irgendein Pokémon Silber, oder wenn ich nicht, also ich habe, jetzt kommen wir noch, ja Leute, wir haben ja noch irgendwann vor uns, dass wir Pokémon Gold spielen. Wir haben irgendwann noch vor uns, dass wir Pokémon SoulSilver und Hartgold spielen. Und wir haben auch noch Pokémon Kristall vor uns, Leute. Ne? Dementsprechend, habt keine Angst. Wir kriegen noch, wir haben noch genug Edition der zweiten Generation vor uns in den nächsten Jahren, dass wir auch mal Nachthara ums Sian am Team nehmen können. Ja. Nur ist, glaube ich, Tyrakrox in der Entwicklung halt auch schon vom Typ und Licht. Und ich will halt auch nicht jedes Mal, ja, wie schon gesagt, ich will, ich habe auch zum Beispiel in Pokémon erste Generation habe ich, glaube ich, kein Simsalon Team gehabt, ne? Oder? Weiß ich gerade nicht. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Ne. Jeden Monat stecke ich mir eine andere Blume in die Haarspanne. Wow. Für die Abwechslung, ne? Dementsprechend, ihr wisst ja Bescheid. Fällt er jetzt nur noch Blitzer und Aquana, ne? Also, das ist eigentlich am besten, wenn ich das Ding noch hole und tue. Aktuell. Oh, du bist ein süßer Trainer, willst du kämpfen? Ich habe Bock zu kämpfen, ja. Wilma! Die will auch mal. Aquana. Gut, als ich warte, die da vorne gepackt habe. Dann machst du mal ein bisschen Donnerschock und die Katze rasiert. Die sind sie. Oder beziehungsweise entschubbt. Ach, komm. Dass so ein Attacken noch legal sind, ne? Aquana fand ich auch immer ganz toll. Kanto werden wir auch oft da besuchen, Leute. Also, werden wir auch mal ein Aquana-Team nehmen. Oder mal einen Blitzer. Oder mal einen Flammara. Oder mal sogar gar nichts davon. Sogar nur ganz normales Evoli. Du bist stärker, als du aussiehst. Danke. Ich habe viel trainiert, also dachte ich, ich wäre es ja gut. Aber ich bin's wohl nicht. So, da ist der letzte Blitzer. Und da kann man mal einen Mogelbaum in den Ring schmeißen. Wir können einen Mogelbaum in den Ring schmeißen. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Ob es im nächsten Remake oder in der nächsten Version vom Yoto Lore, Lore, ob es dann noch mehr Kimono-Girls gibt. Wegen Glaciola und Fuliporba oder so. Und Filinara, wie alle heißen. Wäre halt schon cool, ne? Noch mehr Kimono-Girls? Yeah. Wer kann es nicht genug von geben? Steinwurf. Donnerschock. Ich bin der Baum. Ich bin der Stein. Wieso tut das mir weh? Habe ich irgendwas gecheckt oder so? Vielleicht hast du in der Zeit gerne so noch was, dass man trotzdem noch Stein und Tacken mit Elektro angreifen kann. Hm. Naja. Oh, du kennst die auch gut mit Pokémon aus. Ja. Ach Mutti! Ich wusste es sofort, ne? Hi Miku, wie geht es dir? Ich habe beim Einkauf ein nutziges Item gefunden und ich habe dieses Dekortive Item von dein Geld gekauft. Es ist in der PC, es wird dir gefallen. Klick. Ich werde nicht aufhören zu tanzen. Solange es Leute gibt, den ich dadurch Freude bereite. Auch meine Pokémon unterstützen mich dabei. Und genauso werde ich auch niemals auf und zuletzt Bläden. Das sage ich ja wirklich gar keinen Bock mehr. Kann vorkommen. Ach ja, wir holen uns natürlich ab. Ganz vergessen. Hi. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sind auch gute Pokémon Trainer. Ich fordere sie ständig heraus. Können sie auch noch nie besiegen. Du kennst das wie ein Tanz. So leid, das sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu, nimm es ruhig. Vm3, wir können jetzt surfen. Also jetzt, was heißt, wir können jetzt surfen, doch nicht. Das ist Surfer. Damit kann Pokémon jedes Gewässer überqueren. Ja, und das bringt auch direkt unseren guten Tyrackrock bei. Das heißt, das... Ja. Wenn ich schon Wasserstarter habe, kann ich auch gerne mal Surfer benutzen. Das ist jetzt nun wirklich nicht schlimm. Ja. Normalerweise habe ich ja... Normalerweise ist es bei mir so, mein Team, was ich halt früher mal gespielt habe, dass ich halt keinen Sklaven benötigte, ähm... Sondern halt mein Team so aufgebaut habe, dass jeder an den Feuermittag konnte oder so. Ist halt viel wesentlich entspannter. So baue ich ja immer heutzutage auch noch mein Team aus. In den meisten Fällen. Ja. Ja. Nee, Taka soll vergessen werden. Kratzer. Weg damit. Und... Surfer. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet, dieses... Sehr, sehr gut. Da war kein einziges schlecht. Ja, die sind ein bisschen gealtert. Das ist natürlich... Ne? Das gehört dazu. Aber die waren halt nicht schlecht. Selbst damals waren die... Sind die waren die Spiele immer... Für das, was sie sind. Ja, wie soll ich beschreiben? Die waren halt einfach... Übertrieben krass. Es gab auf dem Game Boy viele Spiele, die halt so wie das hier waren. Wie Pokémon. Klar, man hat zu Regenquest Monster gehabt. Aber da muss man halt auch... Ist halt nicht so beliebt gewesen wie Pokémon. Es gab zwei Termiteak City. Eine im Osten, eine im Westen. Oh. Hallo. Hi, äh, alter Mann. Zwei Türme, zwei Pokémon. Einmal eine, als einer Niederbrande folgt, flogen beide, flogen beide Pokémon fort und kamen wie wieder zurück. Der Zinnturm ist als Brutstätte für fliegende Pokémon gedacht. Ih, da muss ein, da muss ein, da muss ein mega stinken da drinnen. Wenn du nicht im Besitz des Ordens von TXR, die Bestkastung hier nicht rein, dann sind die Zinnturm nicht vertreten. Okay, also müssen wir erstmal die Ordnung holen, bevor wir da reingehen. Schwierige Situation, ne? Ich hörte das Pokémon am See des Zorns. Unruhestift, das würde ich gerne mal sehen, alter. Boah, krass, Alter. Pokémon, die voll am Ausrasten sind, alter. Junge. Ähm. Es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm in Olivianer City. Das Pokémon, das als Leuchtfeuer dient, wurde krank. Sieht so aus, als wären sie in Schwierigkeiten. Ja, es ist, ja. Ja. Ob es wirklich ein so großes Pokémon gibt, wenn ja. So, es muss unfassbar mächtig sein. Dies geschah, als ich jung war. Der Himmel färbte sich schwarz. Ein riesiges fliegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Es war wie ein Vogel und ein Drache. Ein... Trogel. Ganz klar. Steht auf dem Schild. Turmruine. Es wurde durch ein unmysteriöses Feuer zerstört. Bitte nicht betreten. Doch, auf jeden Fall. Der Turm war ursprünglich viel höher, aber er wurde durch ein Feuer beschädigt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott, nein. Ich hab dich ja komplett vergessen, dass du hier drin bist. Oh, du bist es. Du bist stärker, wenn also kamst du hierher, um das legendäre Pokémon, das hier sein soll, zu fangen? Ist es nicht so? Nun, das wird dir passieren, weil ich jetzt nicht wie fangen werde. Ich werde aber, aber ich werde der beste Trainer der Welt sein, also stünde mir ein legendäres Pokémon, gut zu Gesicht. Egal, wie ich nervt es, dass ständig so ein Schwächling wie du auftaucht. Muss das. Oh Gott, ein Alpollo einfach. Mogelbaum. Kann man Steine auf Geister schmeißen? Ich versuch's mal. Fluch. Ja. Kann man. Wir sind heutzutage so verwöhnt von neuen Spielen. Ich wollte es eigentlich nur einschläfern. Aber ich wollte gucken, was auch ich da dagegen aufstehe. Ja, gut, ich hab auch noch Biss. Machen wir Blüten. Ich kann nicht mal einschläfern. Verdammt. Fass pokémon. Gottfußstrahl. Ja, hau dich selbst. Ja, Mann, danke. Gut. Noctur. Das ist typisch der Gegner, das ist für Typ Pflanze. Bin ich dumm einfach. Ja, toll. Ich glaube, er ist nicht mehr für mich. Er hat ja lange gehalten. Schnabel. Ja, Mann. Guck's dir an. Fragezeichen. Guck's dir an, was ich kann. Wer hat eigentlich an einem Blatt genagt? Hat Fragezeichen sich an dir. Vergangen und einfach mal, ja. Vor allem ist er wahrscheinlich Vegetarier. Hat auch sein eigenes Pokémon gegessen. Haben abgisst, abgebissen. Äh, setzt Magnetilo ein. Ist total dumm. Ja. Mogelbaum. Komm rein. Und wirf mit einem Stein. Nach dem Magne. Magnetilo. Oh nein. Ist das dein Ernst? Ich habe überhaupt nicht mehr mit dem Gerechen, dass er da drin steht. Überhaupt nicht mehr. Bin ich effektiv. Nur Fußkick. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay. Mogelbaum, du hilfst mir hier raus. Wirklich. Wir haben was gegen Stahl. Ein Mogelbaum. Und das letzte ist jetzt in Zuba da hin. Joa. Barty. Du bist dran. Oh, ein bisschen Donner-Schock hier. Ja, damit, dass wir ein hohes Level haben, gehen wir nicht sofort down, ne? Das ist leider so ein bisschen der Nachteil. Können natürlich höher Level, ne? Wer hat auch Ding, was ich machen könnte? Demnächst. Nicht jetzt. Nicht jetzt! Ich hasse es gegen Schwächlinge, wie dich anzutreten. Das ist keine Herausforderung. Okay, du hast verloren. Ach, egal. Du wirst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokon zu fangen. Wir gehen da gleich rein. Wir gehen erstmal kurz nochmal zum Pokon Center. Ich habe überhaupt nicht mit diesem Dude da gerechnet. Ich mag die Melodie hier. Och Mann, ist die schön. Und da kann die Poké-Musik fangen. Irgendwas spielt hier auf dem Klavier. Also, dir-di-di-di-di-di. Irgendwas verrückt, er in der Ecke. Dir-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Den haben sie angeheuert. Gut, dann wollen wir mal in die Turmruine rein. Kann man da Feuer-Pokémon fangen? Ich glaube, da kann man mal Feuer-Pokémon fangen, oder? Habe ich irgendwie so in Erinnerung, aber ich glaube nicht, oder? Ne, nur Smorgans oder so. Nur das Ratten, ne? Wollen wir Fluchtzeile mal kaufen? Gar keinen Bock, mich da drin zu föhren. Da können wir jetzt rein, wenn wir die Arena geschafft haben. Hallo. Willkommen. Hier kann man bei dir keine Fluchtzeit kaufen. Was ist falsch mit dir? Oh, Pudi. Überall kriegst Fluchtzeile hinterhergeschmissen. Wenn du mal ein brauchst, dann nicht. Hoffen wir mal, dass die Höhle nicht die Ruinig groß ist. Schauen wir uns jetzt mal um. Man kann lieber runterfallen. Wollen wir runterfallen? Ja! Au! KP Plus! Das ist ja nicht cool, cooles Form. Und da sind ja schon drei komische Waschbären. Ja, die sind ganz besonders wichtig. Die müssen eng an eng an bestimmten Punkt runterfallen. Ja. Ich wusste, dass es Smogons hier gibt. Ich hab's geahnt. Also stark gegen Gift. Weiß ich nicht. Psycho, ne? Ne. Fee? Auch nicht. Fee gibt's übrigens noch nicht, falls ihr euch wundert. Gott, das will nicht. Ich bin doch nur zwei Meter gegangen. Schmogon. Lass mich in Ruhe. Wir müssen da einmal in die Mitte. Wir können ja... Wir haben uns der Trümmerer gelähmt. Wir können ja... Wir müssen durch. Oh, ich muss das jetzt bei einem Pokémon-Bei-Blingst, der Trümmerer. Ne, lass mich in Frieden. Ja, Fratz. Gut, dass wir es nicht zu tun haben. Voll ist das nicht mal auf der VM, ne? Das ist keine VM. Okay, Mogelbaum. Warti. Oder Warti? Soll ich Warti beibringen? Passt aber eher zum Mogelbaum, ne? Aber Mogelbaum kriegt, glaub ich, eher Stärke später. Wenn ich das lernen kann. Ich geb Warti, dass ich will die VMs ein bisschen aufteilen. Wobei das nicht mal die VM ist, aber die muss halt gelernt werden. Ja. Ja. Feuer, kann weg. So. Dicker Mann. Komm her. Meine Seele brennt. Ich zeig dir, wie heiß das Feuer ist. Gott, ich hab ein bisschen Angst vor dem. Feuerspucker Sam. Feuer. Das ist halt der andere. Ist ja hier. Ist ja hier ein Feuerwehrmann Sam, sondern Feuerspucker Sam. Das ist ja hier ein Feuerwehrmann Sam, sondern Feuerspucker Sam. Was kommt jetzt? Neuens Morgon. Ich wechsle das Pokémon. Ist mir zu doof gerade. Ja, Warti, Warti, komm, mach doch noch. Mach doch noch Schock. Warti entwickelt sich nun auch noch weiter. Im Gegensatz zu unserem guten Steinbaum. Der entwickelt sich natürlich nicht mehr weiter. Ich hätte ja schon gerne eine Linie Weiterentwicklung von Vati und von Tyrakrok natürlich auch aber selbstverständlich und Fucano jetzt wächst ich natürlich wieder ein Tyrakrok gerade von gesprochen, lieber Es soll dumpfer klingen der Sound, wenn ein Surfer spielt weil es wird alles überflutet hört sich mir mäßig gut an aber immerhin haben sie es versucht So, Feuerspucker Sam immer noch nicht heiß genug früher gab es diese Pokémon die mit hohem Tempo durchs Gras gerannt sind man sagt, dass sie schnell wie der Wind waren falls dir im Gras eines begegnet wird es wohl davon laufen jetzt heraus hier Schmerz, ich habe ihn da nur umgedreht dass das schon als Schritt zählt nennt sich umzudrehen Wie Flucht unmöglich Oh, ich hasse dieses Spiel Komm, mach jetzt Es ist nur ein Ratz-Ratz Leute, im nächsten Part machen wir die Ruine zu Ende Die geht nicht lang aber ich bin sehr gespannt Ich hoffe ihr auch Bis dann Haut rein und tschüss